Pussys Und mehr noch, du musst deinen Schwur ablegen. Noch keine Nation war je so bereit wie die unsere, die Macht und die Freiheit, der Pussys wahrzunehmen. Aber wir müssen uns natürlich auch alle einsetzen für diese Pussys. Am heutigen Tag machen wir viel mehr als nur die Pussy zu feiern. Wir verschreiben uns heute aufs Neue der eigentlichen Funktion der Pussy. Ich meine, liebe Freunde, es geht nicht darum, was die Pussy für euch tun kann. Überlegt mal, was ihr für sie tun könnt.